Und das Hauptstadt, Schwerin. Das ist die Kirche im Hintergrund. Heute ist der 19.05.2030. Ein bisschen spät, sind auf dem Rückzug. Quasi hier steht's schon dran, rück, auf dem Rückzug. Okay, Westen. Und Schwerin ist eine der letzten Städte hier. Wir wollen auch vielleicht noch nach außen rumfahren. Mal sehen, worauf wir Bock haben. Lüppig. Lüppig. Ja, v-pass mal mit Lüppig. Lüppig. 106. Da wollen wir nicht hin. Lüppig. Lüppig. Das ist ja auch schön, dass man hier entlang der Straße erstmal schon die Kirchturm sieht. Im Zentrum, das motiviert, oder ist das die Froschee, kann auch sein, das sah denn alles hier, Amtsgebäude. Ich glaube, ich muss auch so hoffen. Lass uns mal lieber außen rum fahren, es ist schon spät. Mit jedem Stadt will ich jetzt auch nicht mehr. Walter Wartenau, wer war das? Ein Kommunist, ne? Ich glaube ja. Jetzt kürzen wir das ab, das können wir bei Tag auch viel besser sehen. Ja, Straßensperre, ey. Was ist das denn? Verlassenes Polizeiauto. Ja, links die Volkshochstunde. Und rechts die schöne See wieder. Und hier bin ich auch noch nicht längst gefahren, auf der Strecke. Da sind gewossene Eisenteile. Da zieht man sich an den See. Und bis Pfingsten. Pfingstsonntag. Ja. Gerade aus, die rechte. Gerade ist die Kirche. Guck mal. Pff. Los. Los. ... Oh, ich habe auch gar keine Zeit, es passt. Gas-Uran gibt es hier drauf. Der ist hier auch. Nein, das muss. Was soll ich das denn alles wissen? Hier so viele Graffitis. Gefrustete neben mir auch. Ich hab' nicht gedacht. Landeshauptstadt. Danke. Ja, Schwerin. Da seh' ich die Hände. Bis oben links oben. Ne, rechts oben. Das war geradeaus. So, dann wischeln wir geradeaus. Nicht zu schnell. Da denke ich mal, dass hier ein bisschen zappelt sind. So schlau bin ich auch schon. Hier ist ein Arbeitsgerät. Wenn Sie da mal Probleme mit haben, mit der Arbeit. So, geradeaus. Wärmverkehr. So, geradeaus. Wärmverkehr. So, hier noch. Das ist noch dazu. Das ist wieder sehr schön aus hier. Das passt noch gar nicht zum Schwerin. Das war hier zwei Hüfte. Oh, hier nur 50. Das ist gefährlich, Leute. Wie de Vega ist das hier? Ich würde sagen, ja, das ist wieder zum Ausklingen hier. Kumpsch hier. Zimmer frei. Das war Schwerin. Auf wenigstens. Oh, tschüss.